bevor wir uns dem eigentlichen thema streams zuwenden können müssen wir uns noch mal eine kleine hilfsklasse namens optional anschauen diese klasse ist nicht nur für streams sondern auch für viele andere zwecke geeignet sie hat eine allgemeine funktion ähnlich den rapper klassen die wir schon gesehen haben klasse integer klasse character beispielsweise oder klasse double mit großem d nur dass nicht werte von primitiven datentypen hier eingekapselt werden sondern referenzen das heißt also variablen die entweder auf ein objekt verweisen die adresse eines objektes enthalten oder eben den symbolischen wert nahe haben und daher referenzen von verschiedenen referenztypen sein können ist die klasse optional generisch der generische typ parameter ist der typ der referenzen die eingekapselt werden sollen da muss man halt ein bisschen in der dokumentation der klasse optional schauen wie man damit dann exakt umgehen muss und dann findet man beispielsweise diese klassenmethode auf nullable die sie oben in den ersten beiden zeilen sehen und da sehen sie die beiden grundsätzlich unterschiedlichen fälle nämlich in der ersten zeile sehen sie dass hier tatsächlich ein objekt von number der dynamische typ ist integer das heißt passt auf den statischen typ number dass hier tatsächlich ein objekt eingerichtet wird und methode auf nullable liefert die adresse dieses objektes zurück die wird dann in opt1 gespeichert und der zweite fall ist eben dass nur eingegeben wird und ob zwei wir sagen dass es dann eine ein leeres optional objekt so und sie sehen jetzt hier zwei verschiedene gründe für optional die sehr eng zusammenhängen nämlich es geht immer darum die problematik dass wir auf attribute und methoden von objekten zugreifen wollen ja attribute lesend oder schreibend methoden aufrufen und dann kann es ja immer sein wenn die referenz von irgendwo her kommt wenn wir nicht unter kontrolle haben in beispielsweise in einer methode als parameter eine referenz bekommen nicht unter kontrolle haben in dieser methode wie diese referenz gebildet wurde dann kann es immer sein dass diese referenz auf den symbolischen wert mal verweist und es ist eine häufige fehlerquelle dass man dann vergisst diesen fall dass die referenz nicht auf ein objekt verweist sondern den symbolischen wert hat dass man vergisst diesen fall extra zu behandeln so sie sehen hier unten eine mögliche eine erste möglichkeit um solche fehler vielleicht von vornherein zu vermeiden nämlich mit methode or else get bekommen sie zwei möglich bekommen sie eine möglichkeit den fall zu behandeln dass das die das optional objekt leer ist also mal bekommen hat bei der bei der installation nämlich dass sie hier ein lambda ausdruck also sprich ein objekt einer klasse die ein bestimmtes funktionale funktional interface implementiert hineinstecken es muss natürlich kein lambda ausdruck sein aber hier sehen sie wieder wie kurz und bündig man mit lambda ausdrücken umgehen kann anstatt jetzt hier erst eine klasse von dem zugehörigen funktional interface abzuleiten also auf diesen producer interface in diesem konkreten fall und dann ein objekt einzurichten und eine referenz auf dieses objekt als parameter an dieser stelle or else get zu übergeben einfach den lambda ausdruck hinschreiben dann macht der compiler alles im hintergrund was ich eben beschrieben habe was man sonst selber machen müsste das heißt was sie was hier ist was hier passiert ist dass wenn ob eins nicht leer ist wir wissen hier oben ob eins ist nicht leer dann wird tatsächlich dieses objekt eine referenz auf dieses objekt zurückgeliefert n3 zeigt auf dieses hier kreierte objekt hier im zweiten fall war ja ob zwei leer in dem fall greift dann dieser producer hier der ohne parameter einfach 0 zurückliefert mit boxing dann integer von 0 und genau das dann in n4 speichert hier oben sehen sie möglichkeit natürlich muss man immer wieder auf auf das eingekapselte objekt zugreifen können mit methode get wenn der wenn das objekt nicht leer ist dann liefert methode get einfach diese zahl zurück also dieses dieses namen objekt zurück die adresse darauf wenn wir hier im zweiten fall jetzt ob zwei leer ist dann wird eine exception geworfen der sinn der sache ist der dass schon an dieser stelle die exception geworfen wird und nicht erst irgendwo sehr viel später wenn irgendwo was mit dem nicht existierenden number objekt gemacht wird ja wenn wir hier nicht optional dazwischen geschaltet hätten sondern einfach nahe n2 nahe wäre dann könnte es sein dass irgendwo anders vielleicht in einer ganz anderen methode zum ersten mal der fehler auftritt weil erst in einer ganz anderen methode zum ersten mal bei n2 bei dieser referenz versucht wird auf attribute oder methoden des objekts zuzugreifen und dann ist die fehlersuche rückwärts bis zu der situation dass festgestellt wird oh moment mal n2 das war ja nahe ist potenziell schwieriger als als hier das kürzt ein bisschen die suche ab weil der fehler früher auftritt so hier sehen sie noch ein paar möglichkeiten ähnlich wie wir es eben bei or else hatten dass wir dass wir bestimmte sachen nur dann machen können dass es mit diesem if present wenn tatsächlich ein objekt vorhanden ist also wenn ein wenn dieses optional objekt nicht leer ist also wenn wenn es tatsächlich die adresse eines objektes einkapsel das wissen wir bei opt1 das ist ja so so haben wir es ja gerade eingerichtet die logik von if present ist dass diese anweisung die sie hier wieder abgekürzt haben mit einem lambda ausdruck dass diese anweisung ausgeführt wird und wenn nichts wenn wenn die wenn das optional objekt leer ist dann in dem fall dann soll nichts passieren also eben das or else das ist sozusagen if und else falls ein objekt eingekapselt ist die referenz auf ein objekt eingekapselt ist dann soll das dann soll einfach was bestimmtes passieren else ansonsten falls das optional objekt leer ist soll eben etwas anderes passieren und bei if present ist es wie ein if ohne else falls die adresse eines objektes eingekapselt ist falls das optional objekt nicht leer ist dann soll das und das passieren ansonsten soll gar nichts passieren leerer erstteil sozusagen und hier sehen sie noch ein paar kleine nützliche funktionalitäten die man gleich optional hinzugefügt hat die sie ja auch aus vorangegangenen kapiteln zu java und record schon gesehen haben nämlich wenn wenn ob 1 nicht leer ist dann steht in ob drei dann ist ob drei ein nicht leeres optional mit dem quadrat von dem wert in ob ein steht und in dem fall hier angewandt auf ein leeres optional objekt liefert auch wieder ein leeres optional objekt zurück sie kennen auch filter aus vorangegangenen kapiteln hier ist es noch mal ein bisschen anders hier haben wir ja im gegensatz zum map noch eine fallunterscheidung passiert das objekt das eingekapselt ist der wert der der int wert der eingekapselt ist passiert er den filter oder passierte den nicht und wenn er den filter passiert dann wird dann wird hier entsprechend in dem neuen eingerichteten optional objekt was durch methode filter zurückgeliefert wird dessen adresse durch methode filter zurückgeliefert wird um genau zu sein dann wird da ein der in das entsprechende objekt kopiert dann drin sein oder der filter wird nicht passiert dann ist das so gebaute optional objekt leer und ansonsten wenn das optional objekt auf das hier der filter angewandt wird leer ist dann liefert liefert filter auch ein leeres optional zurück so jetzt kommen wir endlich zu streams und sie sehen hier an dieser stelle wird durch die definition des interface stream vorausgesetzt dass wir mit optional umgehen gut was sehen wir jetzt hier ganz oben die ersten drei zeilen das ist nichts neues das ist einfach nur beispiel material wir richten eine liste von einem beliebigen referenz typ ein zum beispiel number wieder und richten dann hier 100 elemente irgendwie ein vollkommen egal was da jetzt drin steht so das interface list hat eine methode stream und diese methode stream liefert ein objekt wieder was von einer klasse ist dass dieses interface stream implementiert wieder generisch derselbe typ parameter aus einer liste von number entsteht ein stream von number und zunächst einmal hier ist dieser stream also stream 1 nichts anderes als eine andere möglichkeit auf auf die listenelemente zuzugreifen also auf dieser folie zunächst einmal bis hierhin einrichtung von stream 1 ist das einfach nur noch mal eine andere sicht auf die elemente des streams eine andere möglichkeit darauf zuzugreifen wie gesagt so und jetzt sehen sie schon mal hier dass man wieder so nette funktionalitäten hat wie filter mit einem prädikat was natürlich auch vom typ number vom generischen parameter number sein muss damit damit das ganze zusammenpasst das heißt also ein prädikat auf datentyp number und dann können sie sich schon vorstellen was hier passiert dieser stream 2 verweist auf einen der enthält in gewisser weise eine reduzierte liste nämlich von dem ausgangs liste die jetzt über stream 1 ansprechbar ist durch aufruf von filter einen zweiten stream der nur die elemente enthält die den filter passieren also wenn wir über stream 2 auf die elemente von liste zugreifen dann sind das nur die elemente dann werden nur die elemente zurückgeliefert durch stream 2 die diesen filter passieren und map kennen sie auch das heißt also stream 3 ist ein weiterer filter der jetzt nichts mehr wirklich mit dieser liste da oben zu tun hat sondern ein eigenständiger stream ist mit ein mit seinen eigenen elementen aber natürlich auch durch methode map verbunden ist logisch verbunden ist nicht physisch aber logisch verbunden ist mit stream nämlich stream 3 enthält genauso viele elemente wie stream 2 nur für jedes element von stream 2 das ergebnis der anwendung dieser mathematischen oder sonstigen funktion dann entsprechend so wie sie es von der funktion map aus java und racket ja auch kennen so und hier haben wir einen ersten fall von folgt einige operationen sind einige standard operationen die unter das konzept voll passen sind schon vor implementiert wie zum beispiel maximums berechnung und dann sehen sie hier zum beispiel auch wieder die möglichkeit dass wir die den die logik des markt der maximums berechnung steuern können dadurch was für einen comparator wir da hinein geben so wie wir das an verschiedenen anderen situationen zum beispiel beim sortieren von elementen einer liste auch schon gesehen haben können wir hier wieder mit diesem parameter mit dem dynamischen mit dem aktuellen typ dieses parameters steuern was für ein max nach welcher logik das maximum berechnet wird und zurückgeliefert wird nicht ein number sondern ein option von number hier hat man sich dafür entschieden diese kleine sicherheit von vornherein einzubauen und nicht darauf zu vertrauen dass der nutzer dieser stream konzepte dann korrekt umgeht mit der mit dem möglichkeit dass hier nah zurückgeliefert wird das also maximum kann auch eine empty optional zurück liefern nämlich dann wenn der stream leer ist das ist in diesem fall auf dieser folie nicht der fall aber wir hatten hier auch eine leere liste verwenden können dann wären sämtliche dieser streams leer oder vielleicht hätte die liste gar nicht leer sein müssen dass er doch sein können dass der filter dann die ganze liste entleert sozusagen dass kein element der liste diesen filter passiert dann hätten wir hier auch beim maximum dann als rückgabe ein leeres optional so oben sehen sie noch mal die vier zeilen von der letzten folie und unten sehen sie einfach eine verkürzte schreibweise wir brauchen also das ist etwas allgemeines nicht dass sie überhaupt bei in jeder situation dieser art haben wenn eine methode eine referenz zurückliefert können wir gleich ohne zwischen speicherung dann die nächste methode darauf aufrufen und wenn diese methode wieder eine referenz zurückliefert können wir darauf die nächste methode auch wieder aufrufen und so weiter und so fort sodass wir das alles so wie sie es unten sehen verkürzt schreiben können so bis hierher waren streams nichts anderes als eine etwas verkomplizierte möglichkeit um mit listen umzugehen dass das viel mehr ist das sehen sie jetzt hier nämlich dass wir genauso gut beispielsweise arrays zu streams machen können da muss man ein bisschen in dokumentation der ganzen beteiligten klassen und interface schauen dann findet man dass es eine klasse arrays gibt in der java standard bibliothek und diese klasse arrays hat eine methode stream da packen wir eine klasse methode offensichtlich da packen wir ein array rein und kriegen einen stream zurück und das ist genau dasselbe wie bei listen nur dass es dass die elemente jetzt aus einem array und nicht aus einem einer liste kommen diese list diese elemente müssen bei liste und bei arrays gar nicht kopiert sein ja also der stream läuft sie können sich das so vorstellen dass der stream einfach auf den elementen oder auf den listen elementen herum läuft gut und hier können wir dann hier die letzten drei zeilen hier oben sind exakt dieselben wie eben das heißt also wir können mit einem stream der aus arrays gebildet worden ist genau dasselbe machen wie mit einem stream der aus das liste gebildet worden ist und auch hier können wir das ganze wieder sowie eben bei listen zusammenfassen ohne dass die einzelnen streams die dabei zurückgegeben werden durch die einzelnen methoden dann jeweils zuschengespeichert werden müssen und dasselbe können wir auch noch ganz anders machen wir werden noch weitere möglichkeiten später in diesem video sehen zum beispiel dateien wir können streams auf dateien aufsetzen so dass also eine zeile nach der anderen jeweils in einem stream vom generischen typ barometer string eingelesen werden hier noch eine einfache variante erst einmal zu dateien kommen wir erst später nämlich hier werden wir gleich auf der nächsten folie sehen können sie beliebig viele elemente des generischen typ parameters hinein tun eine beliebige anzahl und es wird ein stream gebildet der aus diesen werten in dieser reihenfolge dann gebildet ist also in einem stream sollte eigentlich klar geworden sein in einem stream haben die elemente natürlich immer so wie in listen und in arrays eine reihenfolge und bei diesem stream ist es die reihenfolge der in der wir die elemente hier angeben und dann können wir alles andere genauso machen wie wir das eben gesehen haben und das sehen sie hier zum beispiel dass wir zwei elemente hinein geben entweder mit mit boxing die einfachen inverte oder sowie hier ausgeschrieben die integer objekte neu erzeugen und was sie hier jetzt sehen ist eigentlich die mächtigkeit dieses konzept stream eine vereinheitlichen zugriffsform für verschiedene arten von geordneten sequenzen listen sind eine geordnete sequenz ja jedes element hat eine position 0 1 2 3 arrays sind eine geordnete sequenz von komponenten mit indices 0 1 2 3 und so weiter dateien sind eine geordnete sequenz können sie als eine geordnete sequenz von zeichen auffassen ja jedes zeichen nach dem anderen oder als eine geordnete sequenz von ganzen von ganzen zeilen dann eher der datentyp string wäre dann der der generische typ parameter und dazu werden wir dann noch später kommen hier sehen sie welche mächtigkeit dieses ganze konzept hat wir können jetzt anfangen irgendwelche funktionalitäten wie diese einfache methode m zu bauen auf beliebigen strings von einem datentyp beziehungsweise wir könnten hier sogar den datentyp offen lassen wenn wir wenn wir hier auch unten die datentypen auch generisch offen lassen können wir auch hier den datentyp generisch offen lassen müssten nicht number sondern einfach den platzhalter beispielsweise groß t wie wir das im video zu generis gesehen haben hier einfach einsetzen das wäre dann maximaler allgemeinheitsgrad aber hier bleiben wir dabei damit es nicht noch zu verwirrung führt bleiben wir dabei dass wir hier einen spezifischen datentyp haben eine spezifische instanzierung des generischen typ parametres von stream und optional ist immer noch allgemein genug denn wie sie sehen können sie jetzt hier rein in diese methode m listen arrays und alle möglichen anderen arten von streams von number hinein setzen und diese methode ist es vollkommen egal ob dahinter hinter diesem parameter stream jetzt eine liste steckt oder ein array steckt oder was auch immer maximaler allgemeinheitsgrad bei den daten strukturen die geordnete sequenzen von elementen eines einheitlichen homogenen typs realisieren so und man kann über die elemente eines streams auch hinüber laufen ein element nach dem anderen und wie das aussieht das sehen sie hier das ist nichts neues nichts überraschendes das sieht genauso aus wie wir das schon gesehen haben bei datentyp bei interface list und collection allgemein bei interface iterable so bevor wir jetzt zu streams auf dateien kommen können brauchen wir eine andere nützliche funktionalität die eben auch über streams hinaus sehr nützlich sind die etwas zu tun hat mit portabilität mit plattform unabhängigkeit und zwar hat es damit zu tun dass das verschiedene grundlegende organisations konzepte zum beispiel hier einige organisations konzepte die mit der verzeichnisstruktur auf einer plattform zu tun haben dass die von plattform zu plattform unterschiedlich sind und wenn man portablen code schreiben will dann ist es sehr sehr schwierig dafür zu sorgen dass alle diese konzepte auf jeder plattform korrekt korrekt dann dann verwendet werden ich will nur mal ein beispiel herausgreifen hier file separator unter microsoft artigen betriebssystem von ms dos bis windows ist der ist die das zeichen um einzelne verzeichnisse unter verzeichnisse unter unter verzeichnisse und am ende des des pfades dann die datei voneinander abzugrenzen das ist der backslash das heißt also der schrägstrich von nordwest nach südost und in unix artigen systemen wie beispielsweise linux ist dieser separator stattdessen der slash das heißt also der schrägstrich von südwest nach nordost ja das musste man wenn man etwa von einem plattform von einer unix artigen plattform zu einer microsoft artigen plattform portieren will müsste man dann das alles umdrehen das ist hochgradig fehlerbehaftet und wenn dann eine neue plattform ins spiel kommt bei der irgendwelche dieser eigentlich unwichtigen feinheiten dann nochmal wieder anders ist dann hat man wieder eine ganze menge aufwand und ein großes fehlerrisiko das dann auf diese plattform zu portieren und deshalb hat man sich überlegt dass man diese ganzen unwichtigkeiten einfach einkapselt und dafür das ist eingekapselt in die klasse system die sie schon kennen von formulierung wie system out print hat eine nützliche klassenmethode get property mit der sie alle möglichen solchen eigenschaften der zugrunde liegenden plattform dann einfach abfragen können und dann brauchen sie sich nicht darum zu kümmern wie das auf dieser plattform aussieht ja sie machen das beispielsweise beim beim separator zeichen sowie hier dass sie dass sie einfach mit get property das irgendwo hinein schreiben und überall wo jetzt dieses separator zeichen gebraucht wird um ein verzeichnis von einem unterverzeichnis zu trennen oder ein verzeichnis von einem dateinamen zu trennen setzen sie einfach diese variable file separator hinein hätten sie auch zu einer konstante natürlich machen können als string und nicht als einzelnes zeichen das könnte ja mal irgendwo eine plattform sein die nicht ein einzelnes zeichen sondern mehrere zeichen als separator hat so und dann sehen sie schon was was es hier so für alles verschiedene unwichtigkeiten gibt mit denen man sich völliger unnötiger weise immer bei der portierung von code herumschlagen muss wie das heimatverzeichnis eines nutzers kodiert ist wie die aktuelle das aktuelle arbeitsverzeichnis in dem der prozess gerade läuft also das arbeitsverzeichnis des prozesses in dem dieser code ausgeführt wird wie 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 der nutzer name aussieht unter der name des nutzers unter dessen rechten unter dessen privilegien in dessen besitz dieser prozess gerade abläuft ja das heißt also wenn dieser prozess mit admin rechten läuft dann kommt hier der admin name zurück und wenn er unter den rechten eines einfachen nutzers läuft kommt der name dieses nutzers hier der account name zurück und so weiter und so fort noch ein beispiel ist hier unten für unterschiede zwischen den verschiedenen plattformen auf verschiedenen plattformen gibt es unterschiedliche konventionen dazu wie in einer textdatei der zeilenumbruch kodiert ist und deshalb gibt es hier entsprechend auch diese property innerhalb von dateien der separator auch als string wieder weil nicht auf jeder plattform ist das durch ein einzelnes zeichen kodiert dementsprechend können sie hier das einfach abfragen und überall wo es gebraucht wird überall wo sie einen zeilenumbruch beispielsweise in eine datei wenn sie eine datei textdatei erstellen und sie wollen einen zeilenumbruch erstellen in dieser textdatei dann sollten sie erst einmal so wie sie es hier sehen die die zeilenumbruch kodierung verwenden und dann diese zeilenumbruch kodierung in die zu erstellenden datei hinein schreiben so und hier sehen sie ein sehr einfaches beispiel dafür wie man jetzt mit streams dateien ins spiel bringen kann gehen wir mal die sache durch hier oben das haben wir eben auf der letzten folie gesehen das heimatverzeichnis des nutzers und das zeichen wie verzeichnis namen und datei namen voneinander getrennt sind also verzeichnis unter verzeichnis voneinander getrennt und hier sehen sie jetzt wie man das dann wieder zusammenbauen kann in diesem fall brauchen wir dass das zeichen hier gar nicht dass den fall den dateiseparator den brauchen wir dann hier unten erst denn wir nutzen eine möglichkeit die wir auch durch recherche in der dokumentation der java standard bibliothek rund um dateien schnell finden würden nämlich es gibt da eine klasse path die hat einen ein und und eine klasse path mit s hinten die so ähnlich haben wir schon gesehen bei bei interface collection und und klasse collections mit s hinten und so ähnlich ist es hier auch da kann ich einfach ein startverzeichnis angeben und jetzt hier noch beliebig viele unterverzeichnisse ich will jetzt hier nur ein unterverzeichnis als string angegeben und hier noch einen dateinamen dann baute mir einem fad namen auf der aus diesem startverzeichnis und und aus diesem steht dieses unterverzeichnis vom startverzeichnis und darin dann dieser dateiname diese data dieses unterverzeichnis und dieser datei müssen nicht existieren sondern das ist einfach nur eine ein name in in perz steht jetzt einfach nur ein name der kompatibel ist zu dem fad namen von verzeichnissen und dateien in in der plattform auf der dieser prozess jetzt läuft ja also wenn der prozess auf einer jüngersartigen plattform läuft dann steht hier ein fad name drin mit der einen sorte von schrägstrichen als trenn symbol und und ansonsten bei microsoft artigen etwa mit mit der anderen sorte von schrägstrichen und so weiter so jetzt haben wir hier nichts noch gar nichts mit dateien gemacht sondern wir haben nur einen einen namen aufgebaut der potenziell der name einer datei sein könnte aber nicht sein muss so jetzt sehen sie hier einen alten bekannten aus dem kapitel zu exceptions nämlich try with resources nochmal zur erinnerung was ist das sie können hier ressourcen in diesem runden block mehrere ressourcen möglich hier in diesem beispiel nur eine geöffnet sie können hier ressourcen öffnen die müssen das hinter die klassen die sie hier verwenden also also diese ressourcen die sie hier öffnen mit mit dieser klassen methode von von der klasse files die sie auch leicht durch recherche finden damit können sie damit öffnen sie eine datei als ressource nämlich die datei die hier mit diesem fad namen angegeben ist und wenn dieser fad name nicht der name einer datei ist also wenn das nicht hier oben was hier konstruiert worden ist der name einer datei ist dann wird eine exception geworfen die hier gefangen werden muss so das muss was sie das muss von die ressource die geöffnet wird die klasse dazu muss das interface auto clausable implementieren tut sie auch und das hat zur folge dass man es erst einmal das hier so hinein schreiben kann in diese runden klammern und vor allem die folge ist dass wie immer dieser try catch block verlassen wird sei es durch ganz normalen durchlauf durch den drei block ohne ohne irgendwelche exceptions die geworfen werden sei es dadurch dass eine exception geworfen wird und hier im catch block gefangen wird oder wie auch immer sei es vielleicht dass eine exception geworfen wird die hier die 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 in der runtime exception ist die jetzt hier nicht gefangen wird sondern vielleicht durch die ganze methode weitergereicht wird egal wie dieser try catch block verlassen wird es ist durch dieses try resources gewährleistet dass diese ressource vorher vor verlassen des catch blocks kann das ganze als ganz letzte operation dann geschlossen wird das heißt die datei die hier zum lesen geöffnet wird 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 auf jeden fall dann nach verlassen des try catch block geschlossen und ist dann für andere prozesse wieder zum öffnen zum lesen oder schreiben dann verfügbar so viel machen wir jetzt hier nicht nur beispielhaft um noch mal ein beispiel zu sehen was man mit streams alles machen kann hier durch methode lines durch die klasse methode lines der klasse files haben wir einen stream eingerichtet auf der datei dessen elemente die elemente des streams sind die zeilen dieser text datei also immer alles bis bis zum zeilen umbruch und und alles was nach dem bis vor dem zeilen umbruch und alles was nach diesem zeilen umbruch kommt ist dann das nächste element in diesem stream so dass wir also bequemer weise eine zeile nach der anderen beispielsweise mit dem iterator dann aus diesem stream objekt heraus bekommen machen wir jetzt nicht haben wir gesehen wie das aussehen würde mit mit dem iterator sondern wir verwenden hier als beispiel nochmal diese methode reduce die wir noch nicht gesehen haben das ist das fold das fold l und fold r was was sie aus racket und dann auch nachgebaut aus java schon gesehen haben aus irgendwelchen gründen die ich nicht weiß heißt es in java dann nicht fold sondern reduce und sie sehen hier noch etwas was wir zu lande ausdrücken gesehen haben nämlich eine verkürzte schreibweise mit der es möglich ist den aufruf einer einzelnen methode zum einem lande ausdruck zu machen nämlich string hat eine methode konkatenieren das heißt also zwei strings werden zusammengefügt zu einem oder genauer gesagt zwei string objekte daraus wird ein neues string objekt gebildet dessen inhalt gerade die aneinander fügung von dem von den inhalten der beiden ursprünglichen string objekte sind und was dieses videos hier einfach macht ist aus allen diesen einzelnen strings strings die zeilen der eingelesenen dateien sind die deren inhalte sind einfach einen großen langen string zu machen ohne die leerzeichen dann zwischendurch ist keine besonders sinnvolle anwendung aber beispielhaft so und falls dann irgendwo entweder hier oben beim eröffnen der ressource oder hier irgendwo innerhalb vom try block dann eine exception eine au exception geworfen wird dann wird das hier ausgeführt und so sie sehen hier wie man dann beispielsweise ganz gut das separator zeichen verwenden kann nämlich abhängig von der plattform auf der wir gerade sind wird der dateiname korrekt nach den konventionen dieser plattform dann auf dem bildschirm ausgegeben wobei ich gerade sehe system out ist eigentlich nicht das übliche man würde eher system r für standard error ausgabe standard fehler ausgabe hier einsetzen aber ist eigentlich letztendlich egal hier ist es ja nur ein beispiel so jetzt haben wir eben die generische das generische interface stream gesehen und wir haben das schon bei anderen beispielen beim interface predicate beim interface unary oder binary function oder consumer oder supplier gesehen und nämlich dass wir hier neben der generischen variante auch noch mal eine eine nicht ein paar nicht generische varianten haben für den fall dass wir einen stream von primitiven datentyp int long und oder double haben wollen und jetzt nicht den umweg gehen wollen über die repper klassen und die generische den generischen stream stream interface sondern direkt damit umgehen wollen ein einfaches beispiel sehen sie dann hier speziell mit dem datentyp int dass wir hier einen stream einrichten der nicht aus drei integer objekten besteht sondern tatsächlich aus drei werten des primitiven datentyps int und dann sehen sie hier können wir ganz ganz einfach dann entsprechend mit den mit denselben möglichkeiten die hier wie für die generische wie für das generische stream interface eben auch für diese nicht generischen varianten dann jeweils das einricht dann filter und map einrichten die dann direkt auf werden des primitiven datentyps arbeiten gut und genau dasselbe können wir natürlich dann auch wieder wie bei den bisher gesehenen streams machen nämlich dass wir uns die zwischenschritte sparen die die zwischenergebnisse nicht in stream variable speichern sondern einfach alles in einem ausdruck zusammenfassen hier sehen sie ein sehr wichtiges häufig verwendet das beispiel für unendliche streams also unendlich ist natürlich zu interpretieren dieser dieser begriff potenziell unendlich also es ist nicht von vornherein gesagt wie lang der stream werden wird das bestimmen sie indem sie in dem sie entsprechend häufig auf den stream zugreifen sie sehen die die klasse random bietet die möglichkeit einem stream von int long oder double einzurichten und das sind dann zufallszahlen pseudo zufallszahlen die da jeweils dann herauskommen die sie beispielsweise mit dem iterator ein nach der anderen durchlaufen können und der unterschied der wesentliche unterschied zu den streams die wir bisher gesehen haben auf listen auf arrays auf dateien ist der dass diese einzelnen elemente des streams gar nicht physisch realisiert werden bevor sie nicht gebraucht werden immer dann wenn ich mit next mit dem iterator das nächste element aus dem stream heraus hole erst dann wird dieses element tatsächlich physisch realisiert kann natürlich auch intern aus effizienzgründen ein bisschen anders sein dass immer vielleicht gleich eine ganze anzahl von von elementen bei einem aufruf von next generiert werden und der nächste aufruf von next generiert nicht wieder ein neues element sondern nimmt das nächste generiert und erst wenn sämtliche generierten elemente zu ende sind wenn wieder neue generiert solche sachen kann es vielleicht sein aber so prinzipiell von der logik ist es so jedes mal wenn auf ein neues element zugegriffen wird wird eine neue zufallszahl generiert sodass es also möglich ist tatsächlich hier von unendlichen streams zu sprechen potenziell unendlich das heißt also es ist nicht von vornherein vorgegeben wie oft sie next anwenden können wie oft sie eine zufallszahl herausholen können sondern das können sie so oft machen wie sie wollen und um das konzept mit den mit den unendlichen streams noch mal ein bisschen näher zu verstehen bauen wir jetzt unseren eigenen ersten unendlichen stream auf das ist jetzt kein stream von zufallszahlen sondern von ich habe jetzt beispiel genommen abtastungen der standard sinus funktion das sind dann natürlich double werte das heißt also wir wir nehmen uns das interface double stream her und leiten davon eine klasse ab und die idee ist dass wir eine dass wir die für die abtestungen dem nutzer dieser klasse die möglichkeit geben dass die ersten den ersten x-wert an dem wir die sinus funktion berechnen wollen zu erlauben hier mit dem ersten parameter das konstruktus zu setzen und der zweite wert ist einfach die wie weit zwei abtastungen voneinander entfernt sind das heißt also die erste abtastung der erste werte zurückgeliefert werden soll durch den stream ist genau der sinus von von start der zweite wert ist der sinus von start plus sampling distance dann von start plus zweimal sampling distance und so weiter und so fort ja eine periodische abtastung der standard sinus funktion und hier sehen sie dann auch wie man das realisieren kann über ein iterator man muss bei klasse stream dann mal schauen von welche klasse die iteratoren eigentlich implementieren findet man dann diese information und muss dann eben seinen eigenen stream iterator dann die klasse die man dafür baut dann eben auch diesen diese iterator interface dann implementieren lassen oder es ist eine klasse weiß ich jetzt nicht ob primitive iterator punkt of double jetzt eine klasse oder interface ist müsste eigentlich eine klasse sein ist jetzt auch egal sie schauen einfach nach bei bei der stream finden dass das der typ ist der zurückgeliefert wird durch durch iterat als iterator und dann können sie den herrn hernehmen na natürlich ist es ein interface sonst würde da nicht implement stehen also primitive iterator punkt of double ist ein interface und das müssen sie implementieren ich bitte um entschuldigung dass ich da jetzt eben gerade unkonzentriert war so und wir wissen wir müssen die methoden hasnext und next schreiben hasnext hier sehen sie das konzept unendlicher stream realisiert durch return true hasnext liefert immer true zurück bei unserem beispiel wenn wir wissen dass das ein unendlicher stream ist dann müssen wir natürlich hasnext nie aufrufen wir müssen nie testen ob der stream zu ende ist oder nicht aber es kann ja auch situationen geben in denen in denen wir einen stream haben von dem wir gar nicht wissen ob er endlich oder unendlich ist ja von dem wir gar nicht wissen ob dieser stream einfach aus einem array oder einer liste kommt oder so eine ein zufalls stream ist oder so eine sinus abtastung oder was auch immer das heißt also in solchen kontexten würde dann tatsächlich beispielsweise in einer wahlschleife immer hasnext aufgerufen werden und für einen unendlichen stream würde dann immer true heraus kommen und hier sehen sie wie wir es eben schon besprochen haben die formel für die abtastung so zum abschluss dieses videos noch ganz schnell ein blick nach racket also zum stand meines wissens ist das nicht in dr racket realisiert gehört aber eigentlich zum sprachumfang von racket dazu dass sie im prinzip mit streams so umgehen können in racket wie mit listen nur mit dem unterschied den wir jetzt auch hier zu ende gesehen haben es kann auch streams gehen beispielsweise die auf dateien zugreifen die zum lesen geöffnete dateien es kann auch potenziell unendliche streams geben was eben bei einer liste ja nicht der fall ist bei einer liste sind alle elemente physisch materialisiert vorhanden bei einem stream wie wir eben gesehen haben kann es durchaus sein dass die elemente erst bei bedarf überhaupt erzeugt werden das ist auch in racket der unterschied zwischen einer liste und einem stream dass diese möglichkeit vorhanden ist und an sie sehen von den schreibweisen her ist eigentlich alles dasselbe nur dass jeweils bei den listen operationen hier jeweils stream mit bindenstrich vorne weg steht und damit sind wir mit streams durch um und 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 Untertitelung des ZDF, 2020